Kommt auf mich zugelaufen und quatscht mich voll. Okay, irgendeine Rettungsmission in St.Denise. Okay, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die auf dem Friedhof, ne? Ja, das ist, ne, die ist nicht auf dem Friedhof, die ist direkt hier. Die ist hier zwischen der Gebäude bei mir. So, und dann komme ich mal in den Hinterzimmern der Nummer 1. Kommt das in eine Richtung oder was? Wir haben aber zu Ende. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen mehr in Deckung gehen. Aber du kommst ja bestimmt gleich. So lange halte ich die hier, wie so. Naja, gleich ist das Sack. So. So. Sehr schön. Krass, glaube ich. Ich habe den Angriff. Naja. Wenn wir rauskommen, war der in der Gestand. So, ich mal plündere hier die zwei. Ja. Wie sagt der heilige Scheiße? Äh, 200. So, mal gucken, wo man den hinkriegen muss. So, ich habe ihn noch nicht gefunden, war. Ey, ich komme da nicht, äh, über die Mauer. Okay. Noch jetzt. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Wir müssen hier irgendwo raus. Hast du wahrscheinlich die komplizierte Weh ausgesucht, überhaupt? Ja, wahrscheinlich. Ja, wäre einfacher gewesen. Ja. So, sehr schön, ne? Dann kann man her. Dann bin ich da nur noch mal weg. Ach, da will man eher mal shoppen gehen. Ja. Shopping Queen. Noch mal gucken, wo ich den hinbringen muss. Oh, ich bin gar nicht angezeigt. Ich habe die Erfung. Ja, kommt mal noch. Ja, macht das. Jetzt nur noch was Nähes hier. Vollkram so. Das war knapp. So. Hier ist ja echt Verkehr heute. Achtung. Da vorne leuchtet es wo? Oh, da sind nicht nur ein paar. Sag mal. Ich würde die Gutsche einfach anziehen. Wir fahren hier vorbei. Oh. Das Arme fährt. So. Ich lasse dem Ausblüter. Ich habe hier über die Erschung geblündert. Ich hatte eine Mose jetzt hier zu den... Wie heißen die nochmal? Nicht Braille Race, oder? Jetzt reite ich hier dran vorbei. So. Hier müssen wir jetzt eigentlich in Ruhe sein. Ah, da bin ich ja zufällig am Baum. Das hat die in den Store. Na, wie immer. Also bei mir hat es heute noch gar nicht so gut. Irgendwie. Ne, Tarot gerade ist auch noch gerne da. So. So. So, ich habe... Äh... Danke, danke für die Bedrohung. Vielen Dank für die Möhren. Vielen Dank. Irgendwie dauert halt der Abschluss von den Missionen immer ein bisschen anscheinend. Okay, jetzt bin ich vom Gaul... Jetzt ist mein Gaul weg. Das wäre ja nicht die Belohnung. Sehr schön. Und mal wieder Fanny. Und dann, ne... Schnitt und Cut. Vielen Dank.